Wie sieht man aus der Ziele oder Kampagnen? Welche Kampagnen? Die Kampagnen sind aus junger und kann nicht mehr als alle Leute, die da drin sind. Die Familie, die in der Schule sind, die Jugendliche, die Jugendliche, die Jugendliche und die Jugendliche schaffen. Ein Ziel ist eben, dass alle Leute lehren, wo sie die Genialdefi von den neuen Medien sind. Wo sie die Gefahren sind, wo sie die Genialdefi sind, aber positiv. Wie kann ich das positiv nutzen? Für meine Freizeit, für meine Wissen weiterzukommen, um es zu lehren, um es selber zu machen. Das ist das Ziel. Der aktuelle Kampagnen ist Cleverklicken. Wer kann das heute sowieso? Bei Cleverklicken haben wir das Thema von den Anakten herausgewählt. Das ist ganz aktuell, wo viele wussten. Wir haben auch jung, wenn man sie überlegt sind. Es kommen E-Mails, es gibt eine Internetseite, die ganz komische Sachen versprechen, die natürlich nicht angehört werden. Auf Facebook gibt es auch ganz viele Welle. In anderen sozialen Medien gibt es auch gesagt, das ist die große Welt. Ich muss unbedingt keiner klicken. Oder das Produkt kaufen. Oder das hat ihr gelebt. An Dingen freundweiter gehen. Und mir geht das auch immer, an alle Generationen, auch bei uns, früher zu meiner Zeit, immer Leute darauf herfallen, dann noch zu überweisen, Leute, die sagen, das muss ich unbedingt machen, unterstützen, kaufen, was auch immer. Das ist auch die Anakten, nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der virtuellen Welt. Wie sie funktionieren, auf denen man sich dagegen schützen kann. An der Schutz fängt, damit man sich mal erkennt, was die Anakten ist. Mit wenigen Fragen, geht ihr eigentlich an alle da befasst? Das wird bis ich höre Stop-Line. Wenn ich über Stop-Line bin, ich bin auch gefroht gehen, dass natürlich den Hauptzüchideen, dass man ein Problem hat, mit illegalen Inhalten, das kann, in Richtung Terrorismus kommen, ich finde, noch von Pädopornografie. Da gibt es eine Stop-Line. Das ist von ihnen, sich für Sexualität online interessiert. Kann das sein, dass sie noch mal einen Inhalt kennen, wo ihnen aber gesagt, das ist egal. So die Bilder und noch Videos, die von ihnen gehostet sind, nicht hier im Land, auch nicht an den Menschen in anderen Ländern rundherum. Das ist, wenn ihnen so etwas gesagt, kann man sich bei uns, die wird in Stop-Line.bisecure.lu melden, kann man das anonym notifizieren, wenn man das kontrollieren kann, ob das wirklich so ist. Und dann gehen sie weiter und die kompetenten Stellen, das sind bei uns im Land Polis respektive und als Partner im Ausland, die dann bei ihr Polis weitergehen. So dass der Weg nicht schneller ist, wie wenn man ein Polisbüro ausstellt, um einer der meisten an der Matze zu tun. Das dauert ein bisschen, bis das dann die Pläne angekommen ist, wo es nötig ist. Welche stellen die Gesellschaft Internet für als Gesellschaft, für, was können Bisecure, respektive, von euch dazu beidrohen? Also wir können ein bisschen dazu beidrohen, dass ich zu reden, sind die, die dazu beidrohen. Meine persönliche Vision von dem gesicheren Internet aus, dass die Leute einfach alle gut informiert sind. dass sie sich bewusst sind, dass sie eine Internetseite haben, wo keine Besonderheit stehen wie das, weil es dafür gibt. Ein kompletter Schutz kann nicht, so wie ich auch war, dass sie über die Straße gehen kann, dass sie kein Akzident geschehen. muss sie einfach informiert sind, damit sie ein bisschen besser passen. Und wenn dann aber ein geschieht, also noch Menschen schon informiert, wo ich kann hier helfen. Das kann, wie gesagt, ein Service für Bisecure sind, es gibt auch andere Strukturen, die helfen, wo dann, wie gesagt, ich kann einen Plan machen, wo ich kann ein Büro gehen, wo ich kann auch mit anderen einfach darüber sprechen, wo ich zum Beispiel auch mit anderen Leuten machen kann. und dann, also, es mich so einfällt. Du gehst ganz viel an Schulen, wie hast du die Resonanz bei den Schülern? Ja, vielleicht dann den, der nicht so gut wird, wir sind froh, ich meine, wir sind dann die Schülern selber froh, aber wir wissen aber schon, wie das auch können. Also, wir verwehren ein bisschen bei den Schülern selber, dadurch, dass sie alle Formation noch so ein kleines Käschen erfüllt, kriegen wir mal, ob die Schülern nicht gefällt, ob es langweilig wäre oder nicht. Wir wissen das selber, ich habe auch dann über die Anseigneure oder die Edukateure, und wir wissen von den Formatoren. Die Feedback ist ganz gut, weil wir auch immer mit aktuellen Themen noch sprechen können. Natürlich, wir kommen zwar vielleicht von Ihnen an der Primärschulleinke, und dann noch in der Sette, aber vielleicht haben wir drei oder vier oder vier. Sie haben ein Kipp von Eis begann. Der größte Kader ist immer dieselbe, aber danach können Sie mal mehr wichtig, das Thema immer mehr aktuell ist. Soziale Medien, Facebook und Kompany stellen sich ganz viel froh an, dass wir immer noch neue Stoff machen wollen, und das ist manchmal nicht uninteressant, dass wir uns anschauen können. und das ist nicht wichtig. Danke. Vielen Dank.